Hey Leute, heute das Thema, meine Ex oder die Frau, die ich date, hat zu mir gesagt, sie möchte momentan keine Beziehung. Und da kann ich, leider, was ergänzen an dem Satz, was Frauen vielleicht selbst im ersten Moment nicht so meinen, aber das sollte eigentlich immer in Klammern dahinter gesetzt werden. Der Satz sollte lauten, sie möchte momentan keine Beziehung mit dir. Hört sich mies an, ne? Eigentlich nicht. Ich sage das auch nicht, um euch niederzumachen oder sonst was, sondern vielmehr, damit ihr eure Zeit nicht unnötig verschwendet. Also, wo fange ich an? Ihr wisst, Frauen sind hypergam. Zumindest haben sie diesen Impuls in sich, den bestmöglichen Mann haben zu wollen und dafür halten sie sich gerne ihre Optionen offen. Wenn es so weit geht, dass sie euch sagen, ob sie eine Beziehung haben wollen, dann haben sie offensichtlich entweder schon erahnt oder gesehen, wie grün das Gras auf eurer Seite ist und beschlossen, dass es ihnen nicht grün genug ist. Oder ihr habt die Realität verkannt und viel zu früh das Beziehungsthema angesprochen. In dem Fall wissen sie wirklich noch nicht, was sie von euch halten sollen, aber dass ihr so früh so viel wollt, wird euch im besten Fall ein paar Sympathiepunkte und Anziehung bei ihr kosten. Beide Fälle sind ziemlich unangenehm und das ist Ablehnung eigentlich immer. Aber Ablehnung ist nichts Schlechtes und deswegen ist der Satz auch so fies. Für sie ist es offensichtlich, dass sie sich so viel momentan nicht mit euch vorstellen können. Ja, irgendwann vielleicht. Ich sag ja immer, Gefühle können sich ändern, aber es ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber für euch, für euch ist da dieses Jetzt im Moment will sie es nicht. In Zukunft gibt es die Möglichkeit aber. Und an dem Gedanken hängt ihr euch dann auf und schenkt ihr weiter gratis Aufmerksamkeit, wie so ein arschkriechender Beta. Ihr lacht über ihre schlechten Witze. Wenn ihr langweilig ist, schreibt ihr mit ihr. Samstag Nachmittags bringt ihr Lampen in ihrer Wohnung an. Alles in der Hoffnung, dass eure Zeit vielleicht bald gekommen ist. Ihr seid einer ihrer Orbiter. Und von denen halten sich Frauen gerne einige. Kommen sie deshalb mal zum Zug sehr, sehr selten. Und vermutlich muss die Frau auch erstmal ordentlich Hacke sein davor. Diese Momente, in denen man am nächsten Morgen aufwacht, nebeneinander im Bett liegt und nicht weiß, hat man jetzt oder hat man nicht. Und eigentlich will man, dass sie oder er vor dem Frühstück abhaut. Den Moment hätte sie dann. Sorry, kleiner Exkurs, aber nur um euch das mal zu verdeutlichen. Auf dieser Basis baut man aber keine Beziehung auf. Das macht euch Stück für Stück unattraktiver und ihr rutscht mehr und mehr in die Friendzone ab, wo ihr dann auch bleibt, bis sie einen Kerl gefunden hat, den sie ernst nehmen kann. Die richtige Reaktion auf so eine Ansage ist es, ihr die Aufmerksamkeit zu geben, die die Situation rechtfertigt. Ihr wollt mehr als Freundschaft? Das habt ihr ihr gesagt und wenn sie das momentan nicht will, kann sie sich ja melden, falls sie ihre Meinung ändert. Aufmerksamkeit muss man sich verdienen und es ist keine harte Arbeit, aber es erfordert den Willen dazu, eure zu bekommen. Okay, ihr glaubt mir vielleicht noch nicht, dass es in eurem speziellen Fall so ist und sie wirklich keinen Kerl will? Machen wir mal ein Gedankenspiel. Jede, jede Frau hat ihren Traumtypen. Der ist meistens berühmt, sieht verdammt gut aus, hat ein männliches Auftreten, ist vielleicht stinkreich, so Typen eben. Channing Tatum, Brad Pitt, keine Ahnung, wenn noch alles, ist ziemlich individuell. Aber glaubt ihr auch nur eine Sekunde daran, wenn sie euch gerade gesagt hat, sie will momentan keine Beziehung, wenn dieser Typ, den eure besagte Frau anhimmelt, jetzt in seinem Maserati vorfahren würde, ihr einen Strauß Rosen bringen und sie zu einem dreimonatigen Urlaub auf den Seychellen einladen würde. Würde sie Nein sagen? Nein, verdammt! Der Typ wäre der beste Deal, den sie sich wünschen könnte und so würde sie ihn auch behandeln. Wenn er dann auch noch auf einer Wellenlänge mit ihr wäre und nicht so tun würde, als wäre er was Besseres. Umso besser. Aber das ist noch nicht mal wirklich nötig, solange er ihre anderen Bedürfnisse stillen kann. Und ihr steht dann am Spielfeldrand mit einer Limo, die ihr gerade besorgt habt und hört euch flüstern, still und leise sagen, aber sie hat doch gerade gesagt, sie will momentan keinen. Hört nicht auf das, was Frau euch sagt, sondern wie sie handelt und geht immer davon aus, dass solche Aussagen euch entweder testen, Stichwort Shit-Tests. Wie verhaltet ihr euch auf solche Situationen? Macht euch das attraktiv? Haltet ihr den Stand oder ergebt ihr euch? Oder das Ganze ist eben einfach Ablehnung. Und auf Ablehnung reagiert man nicht mit noch mehr Aufmerksamkeit. Eine Frau, die euch wirklich will oder Interesse hat, wird es euch einfach machen und würde niemals sagen, nee, also eine Beziehung will ich jetzt gerade nicht. Wenn sie euch wirklich will, würde sie euch um den Hals fallen dafür, dass ihr das angesprochen habt. Wenn nicht und gerade wenn es eine Ex ist, dann würde ich an eurer Stelle mal an eurem Timing und eurem Blickwinkel auf die ganze Situation arbeiten. Bei einer komplett neuen Frau einzuschätzen, wann sie an dem Punkt ist, mag schwer sein. Aber bei einer Ex müsst ihr euch für gewöhnlich nur kurz rausnehmen, um zu wissen, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ihr kennt sie am besten und wie sie in ihren besten Momenten auch drauf ist. Aber wenn ihr eine pauschale Aussage dazu haben wollt, wann der beste Zeitpunkt ist, für sowas zu fragen, bitteschön. Ihr fragt die Ex, die euch abgesägt hat, niemals, ob ihr jetzt wieder zusammen seid. Lasst sie das machen. Dann ist sie A dazu bereit und B kommt ihr nicht so rüber, als hättet ihr es drauf angelegt. Es ist doch viel schöner, wenn sie, die, die das Ganze beendet hat, jetzt über ihren Schatten springt und den Schritt auf euch zugeht, den sie damals von euch weggegangen ist. Macht's gut und bis zum nächsten Video.